Yo, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Fußballvideo. Hier ist einer schon abgefuckt. Wir machen noch mal ein Elfmeterschießen. Diesmal mit fünf Schüssen pro Mann. Und ja, wir hoffen, das Video gefällt euch. Wenn ja, Daumen hoch, Kommentar da lassen und los geht's. Ja, nein, ey. Ich! Oh man! Oh 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 Was war das denn, Junge? Oh Nein Für die Türkei Nein Selbst so ein weicher Ball, Türkei Yes Scheiße Du hast deinen Arsch schon da oben gesehen, ne? Ja